Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem Video möchte ich euch eine Lösung für ein Problem mit Streamlabs OBS vorstellen, was einige von euch ab und zu haben und einfach nichts dazu finden. Nämlich, wenn Streamlabs OBS im Vollbild öffnet, aber nicht verkleinert werden kann, ihr könnt es auch nicht auf einem anderen Monitor ziehen, ihr könnt es nur in die Taskleiste minimieren oder wieder groß machen. Und mehr geht nicht. Ihr habt es schon deinstalliert, habt es neu installiert und nichts funktioniert. Und dies soll ein kleines Quick-Tip-Video werden zu Streamlabs OBS. Davon werde ich in Zukunft ein paar mehr rausbringen. Ja, legen wir los. Ihr wollt regelmäßig neue Videos rund ums Thema Streamen oder Aufnahme für YouTube sehen? Dann abonniert den Kanal. Wenn ihr den Kanal abonniert, vergesst nicht die Glocke zu klicken, damit ihr auch jedes neue Video direkt als Benachrichtigung bekommt. Schauen wir uns das Problem doch einmal genauer an. Und zwar habe ich Streamlabs OBS in der Version 0.12.2 installiert. Und ich habe nun folgendes Problem. Wenn ich oben rechts auf dieses Kästchen klicke, dann kann ich ja normalerweise das Fenster etwas kleiner machen, beziehungsweise ein Vollbild. Und das geht nicht. Wenn ich draufklicke, passiert einfach gar nichts. Ich kann auf Minimieren gehen, dann geht es in die Taskleiste. Und wenn ich es aus der Taskleiste wieder hervorhole, dann ist es wieder in Fullscreen. Ich kann auch oben in den Kopfbereich reindrücken, gedrückt lassen und ziehen und nichts passiert. Also ich kann das Fenster einfach nicht ziehen. Das heißt, das Fenster hängt im Vollbildmodus fest. Wenn ihr Streamlabs OBS neu startet, dann ändert sich das Ganze auch nicht. Und deinstalliert ihr Streamlabs OBS und installiert es neu, dann ändert das auch nichts daran. Und Schuld daran ist eine kleine Config-Datei von Streamlabs OBS, die die Möglichkeit bietet, diesen Fullscreen einzustellen, was ihr aber gar nicht aktiv gemacht habt. Denn die Anwendung hat aus Versehen dort den Status so gespeichert. Und das lässt sich auch nicht mehr ändern. Um dieses Problem nun zu beheben, müsst ihr folgendes tun. Ihr minimiert einmal Streamlabs OBS und geht dann auf euren Desktop unten links auf das Windows-Zeichen. Dann gebt ihr ein Prozent AppData Prozent, bestätigt das Ganze mit Enter und es öffnet sich ein Ordner. Und in diesem Ordner scrollt ihr weiter runter, bis ihr zu Slops Client kommt. Den Ordner öffnet ihr und dort sind ganz viele Konfigurationsdateien von Streamlabs OBS. Und die Datei, die für uns interessant ist, ist die Datei Windows-State. Ich öffne die Datei einmal mit Notepad++. Ich kann euch dieses Programm übrigens auch nur ans Herz legen. Ist ein super Editor für Windows. Ich verlinke das Ganze mal unten in der Videobeschreibung, falls euch das Programm interessiert. Also Edit with Notepad. Und wenn ihr das Ganze öffnet, dann seht ihr hier oben ganz viele Namen, Werte. Wen das auch interessiert, das Ganze ist im JSON-Format. Deswegen ist die Datei auch mit .json am Ende. JSON ist ein Dateiformat, was es ermöglicht, zwischen verschiedenen Programmiersprachen Objekttypen beizubehalten. Ist auch gar nicht weiter interessant. In dieser Datei findet ihr unter anderem ganz hinten ist Fullscreen. Und dieser Wert ist normalerweise auf False. Wenn der Wert auf False ist, bedeutet das, dass Streamlabs OBS nicht im Vollbildmodus gestartet ist und von euch auf Vollbild oder auf kleineres Bild umgestellt werden kann. Das ist der Standard. Doch wenn das bei euch der Fall ist, dass es nicht mehr geht, dann steht hier wahrscheinlich der Wert TrueDrin. Oh Gott, was ist mit meiner Sprache passiert? Und genau das führt zu dem Problem. Ihr habt dann in der Anwendung selbst gar nicht mehr die Möglichkeit, das Ganze umzuändern. Und deswegen sind manche doch wirklich am Verzweifeln. Was ihr nun machen könnt, ist entweder diesen Wert per Hand einfach auf False zu ändern. F-A-L-S-E. Das Ganze zu speichern. Danach Streamlabs OBS neu zu starten. Und dann könnt ihr Streamlabs OBS wieder kleiner ziehen, größer ziehen, so wie ihr lustig seid. Was ihr auch machen könnt, ist, ich schließe einmal die Datei. Ihr könnt die Datei einfach löschen. Sprich, rechtsklick, löschen. Dann startet ihr Streamlabs OBS neu. Und danach werdet ihr sehen, dass ihr das Ganze wieder kleiner und größer ziehen könnt, so wie ihr wollt. Wichtig ist noch, dass ihr darauf achtet, dass ihr Streamlabs OBS schließt, bevor ihr etwas an der Windows-State.json-Datei ändert beziehungsweise diese löscht. Habt ihr Streamlabs OBS vorher nicht geschlossen und ändert was an der Datei beziehungsweise löscht diese, schließt danach Streamlabs OBS und öffnet es wieder, dann führt das dazu, dass Streamlabs OBS beim Schließen des Programms die Windows-State-Datei wieder erstellt. Und ja, dann steht dort Fullscreen-True drin. Und ja, dann habt ihr halt nichts gewonnen. Also Streamlabs OBS vorher schließen und danach erst das Ganze löschen beziehungsweise ändern und dann Streamlabs OBS wieder starten. Und ihr seht, ich kann Streamlabs OBS wieder hin und her schieben, kann das kleiner und größer machen, so wie ich lustig bin. Und es ist wieder genau in dem Verhalten, wie ich es vorher kannte und wie ich es gerne nutzen möchte. Ja, ich hoffe, dieses kurze Quick-Tip-Video zu Streamlabs OBS hat euch gefallen und konnte euch helfen. Wenn euch solche Quick-Tip-Videos gefallen, also etwas kürzere Videos, die nur auf kleine, kurze Probleme eingehen, dann sagt mir das Ganze doch mal in den Kommentaren. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! See the Word, see the Word See the Word, walk and run See the Word, walk and run